Hallo Leute, ich bin normal und willkommen zu einem neuen Projekt von mir und zwar Sapiens. Juhu, ich habe auf dieses Spiel gewartet. Okay, wir fangen mal neu an. Wie ihr seht, habe ich da schon gespielt. Ich würde hier gar nichts verändern, ich will nur den Namen verändern. Also, ihr könnt da schauen, wobei, die sieht es vielleicht. Aber den Namen, Outra Heaven, so, ähm, hier können wir mal feiern dann, ähm, ich glaube ich nicht mehr. Hm, ja, machen wir einfach. 26.07.22, so. Hier kann man Mods machen, also, zumindest später wurde das so versprochen. Ähm, das ganze Planet heißt es Outra Heaven, ja, also, ähm, so, creating. Jetzt, dann ist es so, dass auf diesem Planeten, ähm, ziemlich viele andere, äh, äh, ja, ähm, auch sind, also, ihr seht, hier, also, ganz schön viele, ähm, also, hier, ich will, ähm, so, etwas auswählen, hier sind zwei, das ist mir viel zu wenig, ähm, ich würde schon gerne am Wasser machen, also, hier wäre sieben, ähm, aber nur Männer, ne, äh, hier sind zwei, das wäre zu wenig, Leute, äh, zumindest für Anfang, Mann, ist das laut, oh Mann, Alter, ist das laut. Hier wäre am Wasser, hier wären fünf, darunter auch Frauen, soll ich hier mich einsiedeln, also, da sind die, sozusagen, unsere Siedler, ähm, da ist ganz schön am Wasser, hier sind drei, hm, ich will insgesamt so fünf haben, äh, so, 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 jetzt ist die Frage, wo wir einsiedeln, also, hier sind sieben, hier wäre eigentlich gar nicht so schlecht, aber das ist reine Männer-Siedlung, ne, aber wir wären hier alleine, also, das ganze Platz wäre für uns alleine, und das sind sieben, 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 hier sind zwei, für Sunpunk viel zu wenig, Leute, hier sind acht, da wäre doch, da versuchen wir mal hier, Leute, also, das wäre am Wasser, ähm, versuchen wir mal, so, acht Leute, sind gut, so, das ist unsere Siedlung, ja, 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 willkommen, sozusagen, in, äh, Sapiens, äh, jetzt müssen wir erstmal tutorialmäßig Gras sammeln, ich will nur gucken, wo wir Gras sammeln, da ist Wasser, fangen wir mal hier an, wie viel, fünf Stück, so, ja, schau, so, leutchen, sammelt mal Gras, mit Space können wir posieren, mit Tab, können wir schneller laufen lassen, ich will aber so langsamer, so, haben wir erstmal, ähm, als nächstes, glaube ich, wird es so sein, dass wir, äh, Storage bauen, also unser Lagerraum, mit Kuh, so, hier, Storage bauen, ähm, die Frage ist, wohin, oh, das ist so wellig, jetzt ist die Frage, wartet mal, hier wäre doch ein schöner Platz, okay, machen wir hier, äh, unser Storage, wir müssen wie viel machen, sechs, machen wir gleich mal mehr, so, okay, ähm, hier wird uns jetzt erklärt, zum Beispiel, ähm, jetzt will ich Steine sammeln, hier liegt so Steinchen, dann drücke ich drauf, hier drauf, und sag, ja, sammelt mal diese Steine, und jetzt, ab geht's, dann werden hier, die ganzen Steine gesammelt, so, jetzt muss ich acht Schlafplätze machen, ähm, hallo, Leute, wo seid ihr denn, da seid ihr, okay, dann, äh, lasse ich das mal schneller laufen, damit das, also, hier wird so unser Lagerraum, ähm, ähm, ah, sehen die schon, also, jetzt müssen wir Schlafplätze machen, betten, äh, mit rechter Maustaste halten, erst mal hier so Schlafplätze, eins, äh, so, etwas gerade, zwei, drei, 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 vier, und dann da unten noch vier, eins, zwei, naja, so gerade ist es jetzt nicht, aber, drei, vier, so, okay, äh, ich glaub, wir haben, wir brauchen noch mehr Gras, das machen wir jetzt, äh, ja, die Steine sind da, ich will irgendwo, wobei, Moment, Leute, ich schau mal nach, wo wir das Gras, äh, so, sammeln, ich will hier schon ein bisschen, ähm, Gras haben bei uns, so, ähm, und, leutchen, scharfer Gär, scharfer, 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 ich hoffe, das ist doch gerade, ne, und, dass die Augen mir, kein Streich bauen, äh, okay, sammeln da Gras, können wir noch mehr hier sammeln, oh, da sammeln, und hier, dann Leute, die Erneuerung in diesem Spiel ist folgendes, ähm, also, dazu kommen wir gleich, ähm, ich will nicht, äh, vorspringen, so, dann müssen wir acht, äh, Stöckchen machen, äh, sammeln wir doch mal hier so, Stöckchen, ja, noch mehr, noch mehr, und, los geht's, alle Stöckchen aufsammeln, und nach Haus bringen, drei, sechs, man braucht noch mehr Stöckchen, okay, da muss man noch mehr Bäumchen suchen, da hinten, bitteschön, aufsammeln, oh, wir haben ziemlich wenig Bäume, muss ich sagen, wobei da hinten, so, haben wir hier noch mehr Stöckchen, da liegt noch mal, Stöckchen, Steine, und Gras, da werden jetzt Betten gemacht, los, 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 so, die Stöckchen gesammelt, ähm, folgendes, was kommt als nächstes, ja, das ist die Erneuerung in dem Spiel, also, wir müssen jetzt, ähm, erforschen, und zwar Stein, äh, Gras, und Stöckchen, da sehe ich gerade ein Stöckchen neben uns liegen, dann erforschen wir, da wird gerade gerieben, ja, was passiert, wenn ich dran reibe, ne, dann bitte einmal Steinchen erforschen, und, ja, das ist ein Stein, wenn ich damit auf den Kopf jemandem haue, dann passiert wohl, der blutet aus, und dann ist es fertig, ähm, naja, okay, ist nicht witzig, ich weiß, so, dann, äh, hier ein bisschen Gras erforschen, ne, warte, so, wir haben Feuer entdeckt, cool, ähm, hier muss man sammeln, weil wir das, glaube ich, erforschen müssen, also, das zählt nicht, was ich gerade da gemacht habe, das zählt absolut nicht, wir müssen dem erst mal sammeln, im Gras, ich habe Feuer entdeckt, so, ähm, Kämpfeier müssen wir platzieren, okay, das machen wir, aber erst mal, will ich, dass wir hier Gras erforschen, so, erforschen, hm, oder soll ich das Gras, äh, erforschen, wenn das, ähm, trocken ist, ne, hier, dann kann ich nicht machen, Kämpfeier, Kämpfeier, wo können wir Kämpfeier bauen, so, wir haben Werkzeug erforscht, kann ich jetzt Gras, ne, also muss ich doch, Leute, also, ich muss doch jetzt hier erforschen, ne, also, hier, so muss ich erforschen, ich habe gedacht, ich muss es aufsammeln, so, erforschen mal ein bisschen an Gras rum, riecht mal ein Dran, probiert es aus, und vielleicht rauchen, nein, sonst würde ich hier nicht mehr arbeiten, so, ähm, hallo, äh, forschen, was wollte ich, Feuer, Kämpfeier, wo können wir das hin platzieren, hier, ja, dann könnt ihr bauen, wir haben Feuer erforscht, cool, aber was ist hier los, warum will keiner hier forschen, also ja, wir müssen noch etwas machen, und zwar, wenn ich mich nicht irre, müssen wir das hier bauen, das hier, und zwar, ne, muss man nicht, also ist noch nicht da, wir müssen Gras erforschen, aber warum tut er das dann nicht, diesem Gras erforschen, hallo, ja, 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 ok, Hunting and Food, freigeschaltet, ok, so, Hunting and Food, Napona, 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 die brauchen ein iPhone, da müssen wir schon ein bisschen mehr erforschen, ne, Wait for fire, ok, wir warten, bis es gebaut wird, haben wir überhaupt Stöckchen, haben wir, Food, haben wir hier Food, und wir können einen Baum erforschen, will ich nicht haben, können Alpakas erforschen, forschen man, so, da sind Steine, ja, holt euch die mal, aber wir haben, ok, na, was wird da gemacht, tinii, so, was ist los mit dem, mit dem Feuer, ja, Tag 1, vorbei, alle Pennen, hm, naja, irgendwie, nicht alle, und wir müssen Food, 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 machen, sammeln, und mal gucken, dass wir wirklich am Food kommen, hm, ne, ich lass das mal schneller laufen, äh, damit die Nacht, äh, also Nacht vorbei geht, äh, ich muss jetzt gucken, dass wir ans Essen kommen, wir haben Feuer, wir haben Feuer gemacht, guck, schaut euch das an, wir haben Feuer gemacht, so, und wir haben Gras erforscht, das heißt, wir können jetzt Häuser bauen, ja, aber wir müssen Hunting und, äh, Hunting und so weiter, wir brauchen einen Crafting, ok, machen wir, aber erstmal will ich Essen, äh, suchen, suchen, der wird erforscht, der wird auch erforscht, also jagen können wir noch nicht so, nicht so richtig, so, jetzt wartet, jetzt, ähm, Moment, ich such gerade nach Büschen, genau, genau, und zwar, hier, alle Büschen, ne, bitte, sammeln, sammeln, genau, das wäre das, dann, äh, Äpfel, mal, haben wir eigentlich, ne, nur die zwei, aber ok, das reicht uns aus, so, dann hier, passiert gar nichts, hier, wartet, so, ok, hier sind auch zwei, also, sammeln, so, erstmal mit dem Essen, ich glaube, die haben wir ja auch Hunger, ja, haben die, haben die, haben die, so, jetzt muss ich hier, noch etwas tun, und zwar, vier, ähm, mit dem, craftings, einsetzen, wo ich das tun werde, keine Ahnung, hier vielleicht, zwar hier, davon, hier, so, ja, eins, zwei, drei, vier, so, haben wir, so, wo seid ihr denn alle? ja, das machen wir jetzt schneller laufen, wenn die dann sammeln, sollten sie es natürlich auch zurückbringen, ne? so, was ist das denn? so, da wird es gerade gemacht, so, da sind die, sind das jetzt noch mehr dazu gekommen, meine sind ja da oben, ich glaube, da sind die neuen, wartet mal, so, ja, da sind glaube ich nicht unsere, da sind die neuen, also wir müssen die wohl überreden, zu uns zu kommen, da bringen sie was zum essen, gut, jetzt lassen wir das ganze mal schneller laufen, hier kommt das essen, hier, jede Menge essen, so, erst mal was, so, jetzt, ähm, wie gesagt, müssen wir vier Stück bauen, äh, dann, q drücken, bau, also das hier, machen wir jetzt sofort, keine große Sache, hier, ähm, und dann auf rollen, also, ihr seht, jeder von unseren, haben Rollen, und derjenige, der zum Beispiel, irgendeine neue Rolle gelernt hat, ja, zum Beispiel, ähm, Moment, zum Beispiel, ähm, einer von unseren Leuten, ja, sagen wir, der hier, ja, dem können wir jetzt irgendeine Rolle geben, also, zum Beispiel Bilder, ja, also jetzt können wir, ähm, jetzt haben wir noch ein Bilder, und wir brauchen, also, jeder kann bis, äh, 5, 6, ähm, Fähigkeiten haben, ich glaub, 5 oder 6, so, jetzt können wir Häuser bauen, werden wir gleich machen, allerdings, ich will erst mal, äh, noch mehr Essen sammeln, weil, ich glaub, die verhungern langsam bei mir, so, du bist nicht, hier wird gesammelt, ich will noch ein bisschen, ans Essen denken, nja, wartet mal, da unten, das wollen wir doch drauf sammeln, hier wird gesammelt, also sammeln schön, ey, wenn wir zwei neue haben ja leute wenn wir jetzt zwei neue leute haben da glaube ich muss ich noch zwei schlafplätze machen wartet zwei neue schlafplätze das bauen wir mal wir können aus leder bauen schon so jetzt mache ich hier noch einen schlafplatz ich weiß nicht ob das wirklich die zwei neuen waren und wirklich jetzt schauen wir nachhaltig wir waren zu acht wie viel sind wir jetzt schaue ich mal nach und zwar das kann man gucken wenn man hier und dann hier wo wart ihr jetzt das ist bilding hier 1 2 3 4 5 6 7 8 19 also wir haben zehn leute das heißt zwei schlafplätze müssen noch gemacht werden okay wir müssen kraften hier stone heads x und 4 knifes das machen wir hier und zwar knifes 4 stück kraften dann hier stone eggs 4 stück so und dann muss ich nun sein haus bauen und zwei leute ich will hier häuser anfangen zu bauen das heißt wird nicht nur einer es wird später mehrere aber ich glaube dass wir für heute schluss machen werden also mir gefällt dieses spiel darauf habe ich auch gewartet leute sehr lang und endlich ist es draußen ich muss mal gucken ob da jemand überhaupt überhaupt etwas machen kann und zwar hier bei den rollen kann gucken ob da jemand erforschen kann also acht leute können erforschen und kann jemand was ist bilding kann er labor generallabor alle zehn bauen neun leute diplomatie neun acht leute können erforschen bilding zwei leute können das war ja einer gehen das wurde automatisch so gemacht jetzt schauen wir mal ob jemand doch da zumindest einer sitzt da alleine am werken ja und das zweite hat sich sich geschnappt und hat gesagt ja ist meiner und die restlichen liegen einfach darum ich muss mal noch mehr lagerplatz machen mehr mehr vom lagerplatz jetzt haben wir eigentlich machen mehr so so ist mal erreicht am lagerplätze so so vier und jetzt und x3 von vier da einer macht zu mindessen weil es unterbildet und da muss jetzt das ja auch noch machen 4 von 4 fertig und ja ich weiß da wird gesagt wir sollten jetzt anfangen zu bauen leute aber das machen wir nächstes mal ich will nur warten bis wir endlich mal die knifes haben oder ja knifes messer stone knifes und dann am nächsten mal werden meine siedler ja endlich mal häuser bekommen so fünf häuser ich will allerdings mal schauen leute wo wir die häuser bauen also da sind hier halt häuser und also so sieht es dann aus ich bin dafür dass wir hier anfangen so häuser zu bauen ja da wo jetzt nachts anfängt versuche ich mal häuser zu bauen einmal jetzt bitte zweimal fenster das würde mir gefallen einmal hier einmal hier und hier einfach in einer wand so kann kein fenster oder soll ich hier mit fenster machen dann wird es viel zu viel zu viel luft und es wird viel zu kalt hier ganz normale wand ja okay dann den dach super und jetzt muss mir also die mit der axt die haben das jetzt allerdings noch diese dreiecke das ist für den hier für den dach so und da muss man auch noch hier so fertig erste haus komplett beziehungsweise gar nicht an der muss gebaut werden und dafür brauchen wir gras und hier ja da brauchen wir gras und hier holz und das ist kein normales holz das ist einfach diese planken planken sage ich ja ich wies schon so da sammeln wir noch mehr ja zum glück kann man aus jedem holz das bekommen so und natürlich gras muss wir noch sammeln also also er wird langsam gebaut und wie ihr seht wird langsam hergestellt aber leute ich werde jetzt schluss machen wie gesagt also ich wollte das nächste mal anfangen aber ein bisschen gras hier noch aufsammeln aber naja zumindest der anfang soll jetzt gebaut werden und da das nächste quest ist ja wir müssen eher abwarten bis das haus fertig ist wir sind zu fünf da passen zwar gut ähm fünf betten rein in so ein haus aber ich werde paar häuser bauen also ich werde mehrere häuser bauen wir sind jetzt zu zehn wir könnten eigentlich fünf leuten in so einem haus rein bringen aber wie gesagt da schauen wir nächstes mal wie das ganze weitergehen soll also leute vielen dank fürs zuschauen ich hoffe hat es gefallen wenn ihr wisst was zu tun ist ja bis zum nächsten mal leute eure leon wolf haut rein ciao